Als Unternehmer hast du schon viel erreicht. Trotzdem zweifelst du manchmal an dir. Bei allen anderen läuft's irgendwie besser. Oder? Diese fiese Stimme im Kopf kann ganz schön belastend sein und hält dich davon ab, deine Ziele zu erreichen. Im schlimmsten Fall kann dich das sogar krank machen. Grund für all das sind negative Erlebnisse, die dein Unterbewusstsein gespeichert hat. Was mir dabei geholfen hat? Das Mentoring von Kirstin Doppelhammer. Kirstin begleitet Unternehmer dabei, Ursachen für negative Gedanken oder Krankheiten zu finden und zu lösen. Dafür nutzt sie unterschiedliche, bewährte Methoden. So unterstützt Kirstin ihre Teilnehmer dabei, mit mehr Leichtigkeit und Spaß durchs Leben zu gehen und ihre Ziele zu erreichen. Du willst das auch? Dann buch jetzt dein kostenloses Erstgespräch und teste das Mentoring einen Monat lang zum Schnupperpreis. Kirstin Doppelhammer. Kirstin Doppelhammer. Kirstin Doppelhammer. Kirstin Doppelhammer. Kirstin Doppelhammer.